yo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video ich bin heute am flow trail siegen und hier steht so ein auto ich weiß nicht kennt ihr das auto hier ist so böse onkels kram drauf und so sieht bisschen gefährlich aus rote felgen und da ist ein besonderes fahrrad drin denn der thomas hat heute ein fahrrad mitgebracht leute das ist ja ich weiß gar nicht wie man das nennen soll auf jeden fall richtig ist ich bei monster ich bin richtig gespannt was er da gleich auspacken wird wir müssen jetzt gleich ein paar pedalen drauf machen und dann gibt es erstmal einen kleinen bike porn dann erzählen wir euch ein bisschen was davon so so ja schreibt mir in die kommentare wie ihr das bike findet wie es euch gefallen hat ich weiß nicht so viel über das fahrrad aber der thomas weiß da mehr und der wird euch jetzt so ein bisschen erzählen was da sache ist mit ich behaupte mal so ein fahrrad kennen nicht viele von euch es ist ein m1 einer firma die schon unglaublich lange im monocoque carbonbau tätig ist wenn ich das fahrrad beschreiben müsste vielen von euch helfen ja immer so autovergleiche das ist für mich der porsche cayenne s unter den e-bikes ausstattung ist einfach nur alles bling bling das ist die bobby route edition wer bobby route nicht kennt unbedingt mal googeln ganz cooler typ erhält viele rekorde wie die rekorde front wie die heck wie die egal mit 120 kmh wie die alles mögliche ganz cooler typ das bike hat überall bling bling fox 170 mm 38er kashima kashima der ex hinten drin mit stahlfeder magura mt7 bremse xtr schaltung und jetzt kommt das besondere in diesem fahrrad sind gar ist kein klassischer yamaha brose shimano irgendwas motor drin sondern ein tq dieser motor der komplett rund aufgebaut ist mit einem einzigartigen getriebesystem etc und der baut und ich bin total gespannt ich habe fast schon ein bisschen angst wenn ich gleich mit daniel fahr der soll 120 newtonmeter aufbauen das ist fast vier mal so viel wie mein specialized hat und er hat fünf eskalationsstufen hier wo mein motor zuschalten kann und wenn ihr mal auf eine kleinigkeit achtet ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist eben im bike porn auf die größe von diesem kettenblatt hier vorne das ist nicht ohne grund zu groß das ding gibt es auch in drei versionen das hier ist die normale pedelic version mit 250 watt dann gibt es das mit 520 watt dann fährt das bis 45 kmh in der s pedelic version und jetzt kommt das besondere das m1 gibt es auch noch in der r-version als r-pedelic open 920 watt mit 70 bergrauf kein problem aber natürlich ganz hart an der grenze der illegalität weil wo will man mit dem ding noch fahren wir testen das normale und ganz wichtig das muss ich unbedingt sagen mega fettes danke an die e-bike welt in olpe viele kennen es als emotion olpe jürgen und sebastian dass wir dieses fahrrad hier testen dürfen weil es ist ein fahrrad was über 11.000 euro kostet das kann man ruhig mal so sagen das ist nicht normal dass wir das fahren dürfen die haben die noch auf lager also wenn ihr einfach mal eine e-bike sucht was wirklich power hat und was keiner fährt dann fahrt doch einfach mal zu jürgen und sebastian emotion in olpe der daniel packt euch den link von der homepage mit der mit der weg beschreibung alles rein und dann könnt ihr da das m1 selber mal weil das ding muss man erleben das ist einfach ein wahnsinns e-bike wie gesagt sucht ihr was wenn ihr einfach aus der masse raustreten wollt und wenn vielleicht geld keine rolle spielt dann ist das euer bike definitiv ich bin jetzt gespannt mit daniel wie das ding auf dem trail funktioniert optisch aussehen teile und so ist schon mal mega also matt schwarz gold besser geht es fast nicht grüß an steve ich denke optisch gefällt dir das bestimmt na halt gold gut jetzt ab aufs bike liebe leute erst mal erster apel hier mit dem monster ich bin mal gespannt war die ganze zeit natürlich volle paul alter das ist wie ein moped fahren also ich mache erstmal hier liebe leute ich muss leider wieder zurück rudern ich mach mal zwei stufen runter also liebe leute wenn ihr dieses video guckt der sound fühlt sich an als ob man so eine e ktm fährt ich bin jetzt auf stufe drei und fahr ohne last eigentlich sobald ich jetzt rein trete ja bin ich innerhalb von drei vier dritten auf den 25 km h absolut genial also wer ein e-bike mit power sucht das ist es leute so erste abfahrt hier im flohtrail mit mit dem m1 spitzen bobby route edition also bergab ziemlich unauffällig leise auch schon mal schön also man muss ehrlich sagen die masse des motors und des akkus scheinen vernachlässigbar weg zu sein wir fahren zweite etappe hier der erste double quasi Kommt man kaum rum hier, weil es ein bisschen lockig ist. Passt auf Leute, der dann erklärt wird, was wir machen. Wir fahren jetzt beide hoch, ich im Turbo, der Thomas im Zerstörungsmodus. Eskalationsstufe 5 und wir gucken mal, was das für einen Unterschied macht, die sind ja beide bei 25 kmh Schluss, aber trotzdem, wie viel schneller ist der Thomas oben oder wie viel schneller bin ich vielleicht oben? Genau, wir wollen mal gucken, wir wissen es ja nicht, ich mit dem M1 und der Daniel mit seinem guten alten Uncle Sam. Auf die Plätze, wir fahren los, wenn ihr hier auf 13 umspringt. Auf die Plätze, fertig, los! So, ab geht's! Kann nicht sein! Bisher habe ich immer das Gefühl gehabt, der Bosch Motor hat echt Bumms. jetzt gegen das M1, die beschleunigt ja genauso lang wie ich, aber diese Meerverschleunigung, Newtonmeter, echt krass! 7 Minuten zähle ich genau, wir sind oben. Ok, jetzt gucken wir mal, wie lange wir auf Daniel warten müssen. Das wird jetzt spannend. Das macht die Kamera so lange, glaube ich, mal aus. Schon eine Minute warte ich jetzt auf Daniel. Da konnte er. Hat den Helm ausgezogen. Okay. Anderthalb gleich. Jetzt kommt er hier mit Speed drauf und wir gucken, was wird er für eine Zeit schaffen? Ja, 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 21, 20, sehr gut. Ich musste nur zwei Minuten auf dich warten. Ich habe richtig Gas gegeben, ne? Ich auch. Alter, ich bin voll fertig. Ich habe natürlich ein bisschen Gas gegeben, aber ich sage dir, Daniel, sowas bin ich doch nicht gefahren. Du bist entspannter hochgekommen aber, ne? Ja, aber ey, der dreht echt zornig am Gas, ne? Ich würde dir jetzt empfehlen für den April auf Stufe 3, das reicht. Wo sehe ich das hier, dass hier Stufe 3 steht? So, jetzt fährst du natürlich vor, oder? Ne, Quatsch. Soll ich vorfahren, was du willst? Fahr du ruhig vor. Ich fahre jetzt erstmal ganz langsam und entspannt hier. So, bisschen Spaß heute hier. Bisschen Spaß heute hier. M1-Spitzing-Bobby-Rute-Wischen. Boah, das war echt geil. Boah! 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 Ist das schön weich hinten. Boah! 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 also es liegt schon fluffig das Rad ne? ja ich komme überraschend gut klar ein bisschen kurzer Vorbau auch boah hier in der Luft ist das richtig geil eigentlich beim Drop bin ich gespannt ja weil es schwerer ist zu bewegen ja aber es ist echt nicht der sprung oben war richtig krass ja das liegt gut in der luft voll das hier ist ein bisschen frontlastig das Rad hier so leute wir machen eine kleine pause ich bin gerade ja die erste runde hier mit dem m1 gefahren und das ist echt cool also bergauf war ja klar dass es ja genau mein ding ist ohne anstrengungen bergauf fahren aber bergab habe ich mich auch überraschend schnell wohl gefühlt erinnert euch an die zeit im fokus und hier ging echt super gut also das fahrwerk ist richtig richtig gut hat mir richtig gut gefallen auch in der luft macht das richtig spaß ja malet ist es auch wie ich jetzt auch im fokus gerne habe ja also ich weiß gar nicht sagen soll auf jeden fall cool danke an emotion eupe dass wir die möglichkeit hatten das ding mal zu fahren weil ich glaube sonst wahrscheinlich nie jürgen macht kaufvertrag fertig hast du gehört will ich es haben sonst hätte ich wahrscheinlich nie mal so ein fahrrad gefahren ja ich glaube wir fahren jetzt noch ein paar gemütliche runden ich habe auch nicht mehr ganz so viel zeit und ja dann melden wir uns gleich noch mal zum schluss thomas sagt fahr einfach hinterher ist immer eine schlechte sache ich habe einen fernstunden auf jeden Fall weg Oha! Oha! Guten Wendekreis, ne? Ja, ja. Freut's doch, kein Problem. Auf geht's! Auf geht's! Cool! Ich bin gedacht, dass das Spaß machen soll. So, liebe Leute, zurück am Parkplatz. Ich glaube, Herr Thomas noch nicht. Wir sind beide relativ positiv überrascht von diesem Fahrrad. Ja, ich habe euch eben ja schon mein Feedback gesagt, aber Herr Thomas hat bestimmt auch noch ein Feedback für euch. Ja, also ich muss sagen, das Fahrrad bergauf, also absolute Eskalation, da hat man fast schon Angst mit dem Ding. Weil du merkst manchmal, wenn es nur ein bisschen Gefälle ist, gar nicht, dass es überhaupt bergauf geht. Es schiebt unglaublich nach vorne. Hat, was ich ganz intelligent finde bei der Leistung, so ein bisschen Verzögerung, wenn man reintritt. Dass das halt nicht jedes Mal so in die Kette knallt. Das ist schon ganz cool gelöst, muss man sich aber daran gewöhnen, dass man einen ordentlichen Rundtritt fährt. Aber bergab, muss ich sagen, hat mich so begeistert, dass ich jetzt gleich noch kurz im Fallenscheid fahre. Ein bisschen bei Quack OE und mal gucken, wie das Ding so bei größeren Sprüngen reagiert. Interessiert mich einfach. Ja, wie gesagt, alle Links zu Emotion unten in der Videobeschreibung. Danke Jürgen! Jürgen, vielen Dank, dass du uns mal wieder ein tolles Erlebnis beschaffst. Wie damals beim Downhill-Bike-Test. Ja, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.